Ich nehme mir jetzt bloß Blueprints mit. Babys, vielleicht finden wir hier noch einen Geil. Und wir suchen hier immer noch den Eingang in die andere Höhe. Wahrscheinlich ist das die Höhe. Was ist denn auf der Grille? Du kannst hier so ja... Ich mag das da... Orientierung! Kommen Sie zurück! Ja, nee, das sieht anders aus. Das sieht doch total anders aus. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Craft. Da mit mir den Kabin. Wir sind hier in dieser neuen Kristallhöhle. Ähm, Schunkerhelfer. Aber ich gehe davon aus, dass es hier noch... Nee, alle das... Aber wir werden das zusammen rausnehmen. Das doofe ist... Hier ist noch so vieles da, wie ich kann das ja nicht so abbauen. Ein bisschen doof. Naja, gut, ich muss aber atmen. Das ist mir wichtiger. Ich nehme mir jetzt bloß Blueprints mit. Fairies, vielleicht finden wir hier noch irgendeinen geilen Scheiß. Und wir suchen ja immer noch den Eingang in die andere Höhle. Wahrscheinlich ist das die Höhle. Und es ist ja kein Eingang mit großem Tor, sondern Ausgang. Oh. Es wird immer enger. Es kommt Licht. Gut, dann kann das schon mal nicht sein. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist hochneutet, habe ich hoch gesehen. Aber ich weiß nicht, wo wir hier sind. Ach, hier sind wir. Nicke. Das ist, wie gesagt, hier war ja vorher nichts. Nichts. Also wenn jetzt ja irgendwas Großes vorbeikommt. Nein, die rätet ja hier noch nicht. Ich weiß ja nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Ich habe dann immer Angst, dass ich irgendeine wichtige Sache übersehe. Und ich habe eine Idee, wie ich das überhaupt umgehen kann. Ich mache jetzt eben auf Berggrills wieder an. Und hier oben muss ich eine gute Aussicht haben. Und du kannst hier so ja auch... Ich mag das nicht. Oh. Oh. Und da geht es auch weiter. Wo soll ich? Ich bleibe jetzt hier oben. Oben. Und da ist eine Kiste. Warte, Kiste. Ich komme, ich rette sie. Nee, die andere Seite. Die da lang wurde. Buster bleibt bei den Leisten. Du wiesst, wo du hochgekommen bist. Also kommst du da auch wieder runter. Ohne die die Haxen zu brechen. Oh, ich brauche Sauerstoff. Ich brauche Sauerstoff. Und es ist doch besser, als wieder mal diese Flasche mitzuschleppen. Und die lässt sich unendlich oft machen. Wir kommen so weiter als mit diesen Flaschen. Ich würde euch jetzt nicht mitnehmen. Aber schön, dass sie da ist. Aber ich will jetzt erst mal schauen wie ein Blueprints. Wie ist es? Vielleicht ist es hier noch irgendwo. Hey. Das sieht nicht aus wie eine normale Struktur. Aber was machen die nicht? Hey, noch eine Düse. Yay. Jetzt ein Ding. Oh, das kann man nur abbauen, oder? Ich brauche es jetzt, ob man das abbauen kann. Gut. Okay. War irgendwas da drin, was ich abgebaut habe. Oh, gut. Das kannst du aber auch bloß zerlegen. Hä? Du kannst die Container zerlegen, aber... Hier rindschauen, oder ist da irgendwas? Ach so, nur hättest du hier rindschauen können. Moment mal, Moment mal. Ach so. Aho. Ich verstehe. Verstehe ich jetzt nicht. Es sind einfach bloß so Reaktoren drin. Ach so. Jawohl. Ophelia Yitzoyani. Vorsicht. Funkei, wenn man sagt. Ist nix parquormäßig. Also das Spiel ist dafür nicht... Ich... Eben, Rick. Ich glaube, wir müssen nochmal wiederkommen. Einen größeren Inventar. Ein sehr, sehr großes Inventar. Noch eine Kiste. Kann das halt nicht mitnehmen. Also kann schon, aber... Abbauen. Nee, doch nicht. Äh-hä. Mhm. Jetzt ist er... Keine Ahnung. Ey, vor allen Dingen... Wenn ich mir jetzt hier so drehe... Ich weiß doch nicht, ob ich hier irgendwas übersehe. Ob hier noch irgendwas ist. Mir gibt es die Flameka von Eckart. Äh, Sauerstoff. Äh. Ich hab ja noch Assert. Das ist ja... Nie los. Kannst du nie abbauen. Geht es denn wieder zurück? Ich würde jetzt erstmal sagen, hier ist nix mehr. Ehe, auch mehr Fisch. Ah, siehst du? Hab ich es nie gesagt. Gut. Okay. Ich weiß, mein Inventar... Da kommen wir aber nie weiter. Oh, ich geh einfach jetzt... Versuche hier rauszukommen. Ich kann mir das nie anschauen. Ich bin jetzt raus. Hab den Ausgang wieder gefunden. Ich bin nur an Leben. Was, wie gesagt, da ist. Hab auch nicht nachgeschaut. Äh... In... Achievements mäßig. Ich hab ja letztes Mal, wie gesagt... Äh, gestern... Neu freigeschalten. Ich müsste mal nachschauen, ob es hier... Da was Neut gibt. In dieser Richtung. Weiß man ja nicht. Da ist noch ne Kiste. Ein Blueprint. Unsinn, ne? Ihr habt... Tü, 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 tü... Na ja, jo. Ne, ist, äh... Wie gesagt, das war Neut. Neut ist immer gut. Was ist denn hier? Was ist denn da? Oh, scheiß. Also, da war Eis. Aha. Die Höhle, wo... Wo wir hier kommen sind? Die kann sie ja nicht sehen, oder? Hm. Nee, das kann sie nicht sehen. Hier ist ja... Oh, ich bin jung. Geht's weiter. Weiter, geht's weiter. Äh, auf keine Leiter. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Tiefer? Es geht... Geht's nochmal die Funze an. Immer tiefer. Höhle, sag. Oh, ich die nicht mehr... Äh... Abbauen, oder was? Doofe ist... Sieht so aus, als ob ich hier Platz hätte zum Bauen. Das ist ja ein schön beengt hier. Ich glaube, das ist mit Absicht so gemacht, dass du hier nicht... Wenn du nicht so eine Hütte hinbauen kannst. Nee. Ich glaube mal, das war alles. Warum? Kann ich hier so ein Ding hinstellen, wegen Admin? Würde ich mal sagen. Soll bedeuten... No. Gut, dann würde ich mal sagen, äh... Denen Fuß ist raus. Und da, wo nicht glatt ist, kannst du... Moment mal. Ein Stück nur einmal. Die Funi sind wir hier kommen, ne? Oh, verdammt. Ja, wenn nicht, dann muss ich nochmal schnell Sauerstoff... Atmen. Naja, von hier sind wir hier kommen. Ich muss nochmal da rennen. Ich glaube, ich habe da noch ein Zwiegen, wie ich hier sehe. Das werden wir gleich rausfinden, ne? Ich muss erstmal ein bisschen Luft schnüffeln. Es ist der Entdecker dran. Der mir wegbohren ist. Da. Ich hoffe, ich finde es nochmal. Kann aber auch sein, dass ich mir da bloß eingebildet habe. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Und zwar... Da unten, wo hoch? Da... No, da habe ich mich noch... Irgendwie ich den... Er sagt, ich kann mich ertäuscht haben, aber... Lieber schauen wir zweimal nach. Siehst du, da ist nämlich schon... Ne Kiste. Na gut. Es ist ne Kiste. Hm. Nicht, die kamen heute. Oh. Schmeißt den mal kurz hier rin. Gönnen mir mal was zum Essen und was zum Trinken. Und dann schauen wir mal weiter. Ich denke, ich habe so immer im Kopf über sie hier irgendwas wichtig. Ich wollte mir doch nicht. Aber ich glaube, das ist derselbe wie ich, wo wir schon waren. Ne, hier ist auch ne Absweihung. Viele, zu viele Absweihung. Aber das ist das, wo wir schon waren, eben. Ja, hier... Ne... Orientierung. Kommen Sie zurück. Wie, Sie sind sonst nicht vorhanden, aber... Ja, hier bist du ja voll am Arsch. Ah, nee. Das sieht anders aus. Das sieht doch total anders aus. Ah? Den Eis. Hier waren wir noch nie. Bin ich denn jetzt schon wieder? Oh. Hoi, joi, joi, joi. Ich habe schon was neu entdeckt. sind ja heute richtig gut sind wir ein wenig sauerstoff sein darf sein also von jetzt die man darunter und den zack bums tod wenn jetzt ein riesen krawanns mann hier gelandet ist kommen wir uns mal an wenn ich hier auch atmen also und hier ist denn die verbindung schuss haben ja auch die gar nicht darin und wirst hier fressen weiß nicht ein bisschen komisch ist ein riesen krater er ist auf dem bügel nur ein bisschen blub 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 gucken dass ich mich hier über sie ich werde ja nicht gleich sterben moment das müssen wir uns mal es ist sehr sehr groß ich wünsche mir wäre früher gekommen dass ich fotografieren sollte fotografieren vielleicht mache ich das mal von da hinten kann ich das anfassen ne ich habe es berührt und jetzt tot da hinten da da sieht doch schon was und das ist eine terrasse da kannst du doch bei ihr wollt ist das hallo auf auf und davon wo seht ihr da da ich habe es doch euch hier sah meine spürnase aber erstmal mache ich ein foto ne ne he pow n 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 kann doch hier bauen warum halt die macht so meinen mit haben erst mal platz ohne sauerstoff jetzt sind doof wenn ich genau hier ersticke sauerstoff durch fließen meine lungen hier so alt unter tagen warum können die unter tage bauen also unterirdisch und dicke nicht in der frechheit haben wir hier mehrere gänge nicht in ihren ok sauerstoff der düse kannst du aber nicht abbauen einfach nur so dank ja ich will doch ich hab doch platz und gerade sagen nehmen sauerstoff du ruhig ich hoffe ich finde hier will er raus wenn ich war schön euch ihr kann zu haben eine schusel noch mehr davon ist auch ich wie gesagt rezepte non plus ultra bei kommieren auch sortieren kann ich später so die tippt doch ja nicht so ein großes rucksack dinge was ich hier mitschleppen kann muss eine nächste stufe den rucksack geben und machte doch hier alle jacken sind in meinen augen die musik hat 20 mal wieder zurückkommen wenn ich jetzt hier sehe also bringt mir so nichts ach man ein inventar ist zu lütt das ist blöd jetzt nicht muss die hoch abbauen ach so gut ich würde mal sagen das war das letzte essen und trinken und ich habe noch in die plätze trinken war nicht das war so klar das hat mir ja förmlich schon angelacht und gut aber äh nö 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 sind ich schon geiler ist jemand bluten gewesen und haben wir hier ist eine penne ja klar kommt doch mit ihr findet so gut wir sind sauerstoff wir müssen aber wieder raus hier ja gut kann ich jetzt noch nie sagen bis jetzt ist mir ein bisschen einsam genau einsam ist das richtige wort also ich weiß nicht planetmäßig alleine ist nicht so mein ding also ich bin meistens so dafür zu haben so ein zwei leute um mich herum zu haben also es ist genau mein ding also andersrum jetzt muss ich bloß noch hier raus hin doch hier bin ich richtig habe ich doch gesagt sie da mehr in orientierung sind er ist vorhanden ja gut würde ich mal sagen ist doch ja nicht mal so hoch wie wir laufen was ist das jetzt hier alles ist das wirklich alles wir haben schon drei rezepte kann ich mir jetzt hier stehen lassen könnte ich mir bauen könnte ich mir aufbauen dann lasse ich das erstmal hier stehen kann ich mir vielleicht auch ich wüsste also ich ich weiß ich könnte jetzt herunter gehen alle teilen sammeln jetzt wird auch noch eine zeit in welcher richtung der schrank gebaut wird das ist auch sehr sehr leicht gefällt mir sehr sehr gut möchte ich mal kurz erwähnen aber gut könnte ich jetzt ein baum okay gut aber ich würde sagen hier sind wir durch ne also glaube nicht dass das was bringt hier versuchen versucht hat er natürlich versucht hat er und das funktioniert so hier warum funktioniert das jetzt aber logisch dass ich das versuche hallo das ist nicht schon original aber ich glaube nicht dass ich hier schon sein sollte das ist noch nicht so weit aber das ist für mich einfacher hier zurückzulaufen sag ich jetzt einfach mal so aber ein bisschen zeit ich weiß das ist nie so ihr wollt aber wenn es nie so ihr wollt wäre würde es nicht machbar sein vielleicht ist ja doch hier irgendeine kleine sache her steckt und hier ist ja oben auch noch ein material also ist es gewollt also ganz schön also wettertechnischer weise aber das scheint nicht mehr so ihr wollt zu sein weil da sieht mich clipping mäßig aus und hier ist nämlich ich würde sagen das ist oder vielleicht doch wie sie nicht könnte sein muss ich aber dafür ist hier kein material also ich jetzt erstmal großartig sagen nein da ist die schmöse ach hier sind wir nein das ist nicht gewollt das ist auch nicht gewollt da sind es wie kisten ach so gut das kennen wir schon ich weiß es nicht ich weiß es nicht aber ich weiß dass wir schnell zurück müssen atmung mäßig und außerdem kann ich dann mal schnell schauen hat denn unsere bio anzeige sagen wird weiß der planet neben angela vieler grüner als unser ist ja eine frechheit das geht so nicht muss mir beruhen na gut jetzt aber ich sag mal so das ist auch nicht so schlecht oder schon geil es ist zwar sehr sehr klein aber irgendwie gut und ich bin mir nicht jetzt seitdem ich den meteor gefunden habe bin ich mir nicht sicher ob das wirklich das war was ich gesehen habe also ich sag mal so ich hab eine Höhle gesehen gehabt da war Lava drin hm also es könnte sein muss aber nicht vielleicht verdammt ich brauch Platz für mein also nee erstmal schauen wir mal ob das sich gelohnt hat oder nicht seid ihr bereit? nöp nöp wo war eine neue nummer naja nöa nöp die vorberätung für das nächste wasser Update passt da nicht rein gut ich wollte das ja eh mit nach oben hallo egal wo bist denn du ich hab da was gefunden jetzt passt genau noch ins drin nächstes achievement da ist es da schnicker schnicker naja gut war also ich hätte jetzt mal hinten bei der wüste da haben wir noch ein bisschen platz vielleicht hat sich ja da irgendwann geändert es ist ja alles möglich alles kann nichts muss damit den düsen da kann ich raketen ist keine ahnung bis kino ist mehr zündet ist ja ja gut vielleicht und dann irgendwann mal noch so eine russische raketen oder vier zünder ja 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 also ja 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 okay also wir haben jetzt noch nie bräuchten jetzt für die zweite lampe die haben wir ja auch noch nicht die baut also ich weiß dass war in der ausbauen müssen im romer schwefel ich brauch bloß noch schwefel ich bau das noch mal schnell um das kann ja nicht schaden dann pull ich mal kurz die lampe raus und dann ist das so hell wir sehen gar nichts mehr genauso wie die tagen blut dann zeigt mal so schwer jetzt heller oder dunkler ach erstmal nein ja ist schon heller aber jetzt ist ohne dass ich sage oh und ich kann sie halt nur ändern ich hab euch gesagt ich räume das nochmal weg zu seiner zeit aluminium ich ich denke ja gut cobalt muss ich nur sammeln weil wie gesagt es war schon teilweise grenzwertig hat mit dem admin zu tun hat also wäre schon cool gewesen hätte man ein bisschen mehr so musste ich immer ein bisschen auf die tube treten aber dann ist das eben halt so aber was wir an super legierung mit hätten haben können ja wenn mein inventar ja ist das uns leerer ich würde jetzt ja mal sagen nein ich werde das erstmal nach oben räumen genau obwohl sagt was wo ich das hingeschmissen ich glaube das hat von derartig erneut ja nicht so habe ich einfach bloß so hier drin genau drin geknallert weil es war nicht so viel dass ich da gesagt habe ich brauche eine neue kiste könnte sich irgendwann ändern ok das da oben ist ja auch noch ich gebe zu ich habe in der zwischenzeit nicht so oft drin geschaut ich habe hier vielleicht noch zwei stunden oder so investiert gehabt aber den wollte ich wollte ich nicht mehr so weil das ist immer hoch runter hoch runter ich kacke aber das ist jetzt anders weil es gibt ja einen teleporter siehst du das würde die leiter total absolut äh Moment mal ich brauche jetzt wie teleporter kommen sie mal mit wir haben eine mission äh da lang kommen sie mit ich weiß wo ich kennen muss ach ja wo sind denn die teleporter da schon mal nicht da sind sie oh ich glaube wir müssen noch wir müssen noch mal zurück aber das werde ich offline machen äh äh was habe ich jetzt am pulsar ich brauche immer davon aus dass ich immer zwei brauche immer zum rinnen und immer raus ne es macht gerade in meinem kopf Sinn ich brauche drei eins zwei drei das heißt ich brauche nochmal einen pulsarquart und wie viele habe ich hier von da gehen ich könnte mir nur einen schnell herstellen denn etwa zwei dann könnte ich morgen teleporter noch mal bauen die nächsten vier hoch und runter also naja gut also wir haben nur eine oder zwei folgen zu tun also sag ich jetzt mal gut nee das reicht ja nicht ich muss nur ein bisschen naja gut das ist nicht das Problem wir haben ja da hinten den Bohrer zu stehen das krieg noch zusammen naja gut leute heute ihr noch entdeckt ihr musst das erstmal rendern und ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe wir sehen uns morgen wieder selbe Stelle selbe Welle äh ich bin dann erstmal raus tschüss